Bayer Leverkusen konnte sich in einem Pokalspektakel gegen den VfB Stuttgart durchsetzen im Viertelfinale und das Spiel gibt es jetzt bei mir in der Taktikanalyse. Betrachten wir zunächst einmal die Herangehensweise beider Mannschaften, so war es beim VfB im Tiefenballbesitz eher ein Viereraufbau, wobei dann halt eben der rechte Schienenspieler der Fünferkette mit Wagnumann eins nach vorne geschoben ist. Leverkusen hatte den Aufbau eigentlich mannorientiert zugestellt, sieht man hier auch relativ hoch zugeschoben. Vor allem die Doppelsex von Stuttgart wurde häufig mit der eigenen Doppelsex von Leverkusen aus dem Spiel genommen, sodass man sich da eigentlich relativ neutralisiert hat. Sieht man dann auch gut im höheren Ballbesitz, da ging es dann eher über in einen Dreieraufbau mit den Schienenspielern weiter höher, beziehungsweise allzu hoch waren die auf VfB Seite jetzt nicht unbedingt gestanden, aber man sieht hier eben gut, Leverkusen stellt das mannorientiert zu und grundsätzlich war das System ja bei beiden relativ gut auf den Gegner angepasst. Beide haben in einem 5-2-3 gespielt oder einem 3-4-3, je nachdem wie man es halt nennen will und das sieht man eben auch, wenn wir schauen, was Leverkusen im Ballbesitz gemacht hat. Da war es tief auch ein Viereraufbau und Stuttgart hat es aber auch genauso zugestellt, wie die Leverkusener auf der anderen Seite, Doppelsex an der gegnerischen Doppelsex und ja, da erkennt man auf jeden Fall die Ähnlichkeiten, genauso im höheren Ballbesitz von Leverkusen, dann ein Dreieraufbau, die Schienenspieler schon durchaus höher, wobei Stuttgart schon vorne drauf gegangen ist, aber jetzt nicht ganz so extrem wie Leverkusen auf der anderen Seite, sodass man oft eher in einem Mittelfeldpressing war, was dann auch dazu geführt hat, dass Leverkusen zwar mehr den Ball hatte, aber nicht unbedingt in den gefährlichen Zonen, zumindest in der ersten Halbzeit. Und in dem Video dreht es sich nachher dann vor allem darum, wie Xabi Alonso es geschafft hat, in der zweiten Halbzeit dann doch nochmal das Spiel zu drehen, dass man wirklich spielbestimmender war, denn in der ersten Halbzeit ging Stuttgart ja durch ein Kopfballtor von Anton bei einem Standard in Führung, aber grundsätzlich aus dem Spiel heraus hat man sich eigentlich relativ neutralisiert und es gab nicht allzu viele Chancen. Die erste Halbzeit war eigentlich komplett ausgeglichen. Eine wichtige, aber vor allem interessante Umstellung gab es dann in der ersten Halbzeit noch von Hoeneß auf Seiten des VfB, denn Mittelstädt hatte relativ früh die gelbe Karte bekommen, musste Frimpong verteidigen, was jetzt nicht die leichteste Aufgabe ist und deshalb hat er in der 33. Minute, wie wir hier sehen, tatsächlich die Flügelverteidiger getauscht. Wagnumann ging dann auf die linke Seite, kann man machen, auch wenn er Rechtsfuß ist, hat er schon gespielt, aber tatsächlich Mittelstädt war dann auf der rechten Seite als Linksfuß, was schon sehr ungewöhnlich ist, aber eben, wie ich es gesehen habe, der gelben Karte und seinem Gegenspieler mit Frimpong geschuldet war, weil der eher nochmal ein bisschen flinker ist, eher einen Foul ziehen kann wie Grimaldo auf der anderen Seite. Xabi Alonso musste natürlich aber auch erstmal die Erkenntnisse sammeln, wie er zur zweiten Halbzeit umstellen kann, dass es dann besser läuft und die muss er natürlich in der ersten Halbzeit gesehen haben und was ich da so als entscheidend empfunden habe, zeige ich euch jetzt. Einmal haben wir hier eine Szene, da kriegt Grimaldo, der eben invers agiert, im Mittelfeldzentrum den Ball, das hat er in der ersten Halbzeit und generell in der Saison macht er das ja relativ häufig. In dem Beispiel hat es funktioniert, er konnte dann aufdrehen, aber generell kam er in dem Spiel nicht allzu oft zur Geltung und des Weiteren sehen wir hier auch schon den offensiven Halbraumspieler von Leverkusen mit Hofmann, der sich hier auch anbietet am rechten unteren Bildrand, der aber verfolgt wird vom linken Innenverteidiger, also vom Halbverteidiger von Stuttgart in Person von Ito, ist schon mal ein interessantes Merkmal. Wir gehen noch mal eine Szene weiter, da haben wir den anderen Halbspieler von Leverkusen mit Wirz, der kurz kommt und sich anbietet, der dann aber vom rechten Halbverteidiger von Stuttgart verfolgt wird in Person von Rouault und dieses extreme Verfolgen in Mannverteidigung kreiert natürlich Räume, wenn der Verteidiger hinten dann fehlt und das hat Xabi Alonso sich unter anderem zunutze gemacht. Wir gehen über in die zweite Halbzeit und was er so angepasst hat, zunächst einmal haben wir hier noch mal eine Szene, da ist es ein Viereraufbau, wir sehen hier Wirz, der von Rouault wieder mal verfolgt wird, Rouault also nicht in der letzten Kette hinten, ist in dem Fall nicht allzu tragisch, aber wir gehen dann 10 Sekunden weiter und das ist auch ein entscheidendes Merkmal, Leverkusen hat deutlich mehr Tempo in das Spiel bekommen, wir haben hier erst den Viereraufbau, aber relativ schnell später dann schon den Dreieraufbau, also die Offensivformation. Grimaldo, der dann eben links relativ hoch positioniert ist, aber auch die Halbraumspieler mit Wirz und Hofmann haben relativ schnell die Positionen gewechselt, da einfach so ein bisschen Variabilität reingebracht, um den Gegner zu verwirren. In dem Fall ist jetzt nichts daraus entstanden, aber das ist schon mal entscheidend und setzt die Grundlagen für den späteren Leverkusener Erfolg, wenngleich die Stuttgarter aber immer mal wieder auch ihre Momente hatten. In dem Fall sind sie erneut in Führung gegangen, da war es ein mutiger Aufbau von Leverkusen. Andrich ist jetzt technisch nicht der beste und idealste Spieler für die Spielidee von Alonso, auch wenn er das Tor gemacht hat. In dem Fall verliert er den Ball. Stuttgart muss man auch mal loben, nicht immer extrem krass hoch draufgegangen, aber immer mal wieder situativ hoch angelaufen und dann in dem Fall auch den Ballgewinn erzielt und daraus dann das Tor gemacht von Führig. Kommen wir zurück zu Leverkusen und wie ich finde, warum der Sieg dann letztendlich doch mehr oder weniger verdient war und auch erzwungen wurde, auch wenn es natürlich in die Verlängerung hätte gehen können. Aber wir haben hier Grimaldo, der wieder einmal ganz links draußen breit auf dem Flügel und auch schon hoch positioniert ist und seine Position gehalten hat, wie er es ja eigentlich auch gewohnt war von den letzten Jahren bei Benfica. Aber diese Saison ja häufiger auch mal invers gespielt hat, hier auch in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann aber nicht mehr, auch um den Gegner außen zu binden. Zudem hat man dann häufig die linke Seite, hat es aber auch mal rechts gemacht, den Halbraum bzw. die komplette Seite mit beiden offensiven Halbraumspielern überladen, in dem Fall mit Wirz und Hofmann wieder einmal. Da sieht man auch Ito, der so ein bisschen zögert, Hofmann zu verfolgen, weil er dann die Kette hinten verlässt, da auch einen Raum kreiert. In den zum Beispiel Frimpong potenziell auch reinstoßen könnte. Ist in dem Fall nicht passiert, aber auch hier wieder klar zu erkennen, Grimaldo links draußen bindet somit den rechten Schienenspieler. Zudem hier im linken Halbraum markiert, sowohl Wirz als auch der eingewechselte Atti, der für Hofmann reinkam. Und wieder einmal Roux, der hier so ein bisschen beide verfolgt, aber halt eben auch hinten in der letzten Kette fehlt. Der Stürmer Iglesias bindet hier auch den linken Innenverteidiger und so sorgt man einfach generell für Verwirrung. Und genau das war auch entscheidend beim frühen 1-1-Ausgleich, direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Wir sind hier erstmal in der Entstehung. Da hat man die rechte Seite zunächst überladen mit Wirz und Hofmann. Wirz bekommt dann den Ball, verlagert das Spiel auf die linke Seite. Dann ist es eben Grimaldo, der wieder mal links draußen ist, bringt eine Flanke rein, die eigentlich gar nicht gut ist. Dennoch waren im Zentrum auf der linken Seite wieder Wirz und Hofmann zusammen. Also das war schon ein klar zu erkennendes Muster. Dann ist es natürlich schon ein bisschen Glück, dass hinten Andrich den Ball bekommt und dann so perfekt einschweißt, aber gewissermaßen auch erzwungen. Somit hattest du dann hier auch wieder die zwei Halbraumspieler auf einer Seite, die dann auch die Gegner gebunden haben und somit den Raum kreiert haben für Andrich, der den Ball dann natürlich perfekt in den Winkel haut. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, der VfB hat es dennoch echt gut gemacht, ein super Auswärtsspiel gemacht und der Sieg ging halt vor allem auch auf die Kappe von Florian Wirz, also im positiven Sinne, der einfach mal wieder ein Weltklasse-Spiel gemacht hat als Spielmacher, Spielgestalter. Zum Beispiel hier in der Szene, ich habe ihn markiert, er hält hier den Ball, also relativ tief und dann geht er ein Stück und schickt einfach Adli in die Tiefe, der das 2 zu 2 erzielt. Also das ist einfach ein genialer Moment von einem Spieler, den Adli dann eben vorne verwertet und genauso ist es dann auch in der 90. Minute bei der Entscheidung durch Jonathan Tah, der Ball von Florian Wirz, den er perfekt reinschlägt. Zweiter Ball nach dem Eckball und so ging dann Leverkusen eben ohne Verlängerung als Sieger vom Platz, ist auch für die Kräfte, die man sparen kann, extrem wichtig für das Topspiel am Samstag, auch wenn es natürlich trotzdem ein bisschen Kraft gekostet hat im Vergleich zu den Bayern, die jetzt gar nicht gespielt haben, aber gut, die haben natürlich ihre Probleme mit Saarbrücken gehabt, deswegen nicht mehr dabei. Das auf jeden Fall zu dem Spiel, schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel, eure Erkenntnisse in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!